Ich habe noch nicht geguckt Eishockey, ich habe nur gesehen, dass Kanada hat geklatscht. Wer? Norwegen oder ich weiß nicht, 8-0. Aber ich gucke nicht viel, ich habe nur gesehen, dass heute gibt es ein paar Leute in der Nationalmannschaft verletzt, wegen dem, was sie gestern gemacht haben. Ich weiß nicht, wie heißt das im Deutsch, Skifahren. Ja, und ich habe gesehen, dass ein Französer einen Kreuzbandriss gestern oder heute gehabt hat. Ich gucke nur ein bisschen nicht so viel die Olympic Games im Winter.